Ja, man kann ja auch von seinen Problemen davonlaufen. In letzter Zeit quatschst du ziemlich viel Müll. Deine große Liebe ist schon weg. Mit Caro, Weinprobe. Der Wein, scheiße, das hab ich völlig vergessen. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Giselle, hey, ich bin sorry, das mit dem Wein, das hab ich völlig verratzt. Aber ich bin jetzt unterwegs, ja? Ach, ihr seid bei Caro. Ja, dann würde ich mit dazukommen, also wenn sie nichts dagegen hat. Na gut, bis gleich. Gut, dann komm ich auch mit. Vergiss es, Giselle hat mich schon eingeladen. Außerdem wäre ich mit Caro verabredet gewesen und ich lasse sie sicher nicht allein, wenn du für Giselle den glücklichen Verlobten spielst. Okay, ich hab Mist gebaut und muss mich dafür entschuldigen, aber ich weiß es, wo ich hingehöre und das ist Giselle. Hab ich denn Wort drauf? Absolut. Ich war nur kurz neben der Spur. Kalte Füße gekriegt. Aber jetzt wird alles im Lot. Und Caro geht's ja gut damit. Stimmt. Na also. Genau, damit hast du ein Problem. Kommst du? Der, der ist es. Ich fand den zweiten viel besser. Nein, der war viel zu süß. Zu viel Ananas im Abgang. Ananas im Abgang. Ach, das ist Tore. Tore? Wieso kommt denn der hierher? Wieso, wieso? Na ja, ich war, ich, äh, äh, die Beinprobe ist wichtig. Hochzeit? Hallo? Ja. Oder macht's dir was aus? Nee. Hey, ist es so schön, dass du noch gekommen bist? Hm. Hey, ist es okay, wenn ich auch mit dabei bin? Klar. Ist ja irgendwie auch dein Hochzeitswein. Ja, also wirklich, weil sonst kann ich auch wieder gehen. Nee, komm rein. Huch, du bist ja auch da. Ist es ein Problem? Äh, im Gegenteil, aber hört doch mal auf, euch zu... Ups. Was ist denn jetzt los? Schönes. Shit. Das ist ein Sicherheitsschloss der Widerstandsklasse RC4. Und das heißt? Dass ich eine ziemlich paranoide Großstadtbewohnerin bin und ich hab das extra einsetzen lassen. Oh, oh. Moment mal, soll das jetzt heißen, dass wir ja eingesperrt sind? Erstmal für einen Moment ja. Ja, aber ich bin Experte darin, die Sicherheitsklassen von Caro zu überbrücken. Gib mir mal kurz den Schlüssel. Ach Mann, Scheiße, das kann so jetzt auch nicht sein. Kommt, Leute. Ist doch lustig. Wie in so einer eingeschneiten Berghütte. Ist irgendwie romantisch. Scheiße, du musst das reparieren und zwar sofort. Mir gefällt dein Ton nicht, aber ja, ich werde das reparieren. Unbedingt, Sascha. Ich werde dich retten. Könntest du in Zukunft deine Wichskriffe da lassen, was sie hingehören? Was? Was? Wieso denn Tore? Caro, ich dachte, das ist beim wilden Sex mit Sascha passiert. Tore? Du hast Caro geschlagen? Also? Caro wollte aus ihrem Büro raus, und? Ja, und ich wollte rein. Ja, da. Er klopft doch nie an. Also, er hat die Tür aufgerissen und hat sie mir mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Und warum hast du deine Geschichte mit Sascha erfunden? Weil... Du kannst dich hier nicht wie ein eifersüchtiger Gockel aufführen. Die Sache zwischen dir und Caro ist vorbei. Fertig, aus. Ich wollte nur nicht, dass du denkst, dass... Ich habe Caro darum gebeten, sich das auszudenken, weil ich einfach Angst hatte, dass du sauer sein könntest. Dass ich sauer werden könnte? Sag mal, spinnst du? Ja, oder dass du sauer bist, oder dass du irgendwie verunsichert bist. Weil ich bin genauso verunsichert. Ich meine, wir stehen kurz vor der Hochzeit, das ist doch völlig normal. Ich wollte einfach nur nichts falsch machen. Du bist so süß. Du kannst doch gar nichts falsch machen. Aber von jetzt an keine Geheimnisse mehr. Klar? Versprochen. Für jemand Wein? Unbedingt. Der ist es. Denselben hat Caro auch ausgewählt. Na gut, ihr habt mich überzeugt. Das ist doch scheiße. Das lasst doch mal gut sein. Komm lieber mal hierher und trink ein Glas Wein mit uns mit. Nö, da soll man schön weiterarbeiten. Der ist aber schuld, dass wir hier festsitzen. Festsitzen? Das hört sich ja so an, als wäre es so schrecklich hier. Nein, das ist doch nur, weil Caro auch gesagt hat, dass sie noch ein bisschen was zu tun hat. Ich bin sehr gerne hier. Oder brauchbares Werkzeug, komme ich hier sowieso nicht weiter. Hast du irgendwo ein Schraubentier? Klar, ein ganzes Set. Wo? Im Keller. Wir brauchen doch nur einen ganz normalen Vierkantstift. Hier muss es doch irgendwo sowas... Ja, ich habe noch Karotten hier. Wir können ja daraus was schnitzen. Wie gesagt, das ist ein Spezialschloss. Wir müssen doch irgendwas machen können, damit wir hier rauskommen. Morgen früh kommt Biggi zum Frühstück. Die hat bestimmt einen Zweitschlüssel dabei. Ich will aber nicht hier übernachten. Sag mal, was ist denn los mit dir? Setz dich! Man könnte ja meinen, du hättest es gar nicht aussehen mit uns. Quatsch. Jetzt entspann dich doch mal. Wir machen das Beste aus der Situation. Wir haben noch mehr als genug Wein da. Und du und ich, wir werden unseren Kindern noch davon erzählen. Die Nacht, als euer Papa und ich den Wein für die Hochzeit ausgesucht haben. Wie machen wir das eigentlich gleich? Schlafen du und ich auf der Couch und die zwei auf dem Boden? Ach nee, komm, du lass uns die Mädels auf der Couch schlafen. Und wir schlafen auf dem Boden. Ich habe vergessen, was für ein Gentleman du bist. Ist doch jetzt egal, wer wo pennt, jeder da wo umfällt. Und jetzt auf geht's, hoch die Tasse. Ja! Ja! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich bin gestolpert. Ja, hab ich gemerkt. Ich muss mal. Ich bin gestolpert. 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 Hast du gut geschlafen? Ganz gut. Jetzt schlafe ich immer auf dem Boden. Was machen wir denn jetzt wegen der Tür? Ich habe keinen Bock, auch noch den ganzen Tag hier zu verbringen. Es tut mir leid, dass ich das gestern nicht hingekriegt habe. Ist doch gut. Wir haben die Nacht ja halbwegs unbeschadet überstanden. Hallo? Hallo, ich bin's, Biggie. Biggie, dich schickt der Himmel. Hast du einen Zweitschlüssel dabei? Ja, habe ich. Wieso?